Auf geht's in die erste Liga Schalker! Hallo Schalker, hallo Abi, hallo Dennis, hallo Klaus, liebe Kieler Sportfreunde, wir begrüßen euch wieder zum Abi Auto Talk. Heute ist wieder Heimspieltag und zwar kommt die Kieler Truppe zu uns. Ja, Abi, nach der letzten Leistung, Klaus, gegen Braunschweig entfangen wir jetzt Kiel, ist Tabellenfünfter. Die haben die ersten beiden Spiele gewonnen, das letzte Spiel gegen Magdeburg dann zuhause verloren. Ja, was meint ihr, kriegen wir die Jungs in den Griff? Ja, Klaus, du bist Gast, hau mal einen raus. Ja, was heißt es, nach dem Start, den wir hatten, heißt es heute nur drei Punkte. Also, sieh ich muss her. Nichts anderes als drei Punkte heute, alles andere ist unnötig. Genau so ist es, Klaus, und so sehe ich das eigentlich auch. Vielleicht hat Reis noch die Chance, heute mal die jungen Spieler einzusetzen. Wäre natürlich auch klasse, wenn er das machen würde. Ich würde mich freuen mit Jusuf vielleicht mal. Und ja, und dann muss man mal sehen. Also es wird sicherlich nicht einfach. Also wir haben zwei Verletzte, das weiß ich. Kamal ist definitiv nicht, nicht spieltauchlich. Und Drechsler glaube ich auch. Drechsler ist genauso verletzt. Okay. Und was auch interessant ist, wahrscheinlich, das darf man nicht unterschätzen, die Kieler haben vier Ex-Knappen im Kader. Klaus? Das ist ja uninteressant. Wir kennen die Spieler ja, die hier bei uns gespielt haben. Das waren keine Größen. Deswegen brauchst du vor diesen Spielern keine Angst haben. Wenn du neunzig Minuten Gas kippst, dann gewinnen wir dich. Genau, klar. So ist das auch. Man nimmt immer zu viel Rücksicht auf den Gegner. Man muss gucken, dass man sein Spiel macht. Ja, vielleicht auch über den Kampf, dann zum Spiel zu kommen. Was wir ja eigentlich in der Rückserie in der ersten Liga auch gemacht haben. Und ich glaube, dass das das Beste wäre für unseren Verein. Erberger hat schon gesagt, ihr bekommt zum Spiel aus. So, das ist doch mal eine Ansage. Also Jungs, Sieg oder Blut am Schuh? Also das andere zählt nicht. Also ihr habt den Klaus gehört. Da sind wir, glaube ich, alle hier im Auto der gleichen Meinung. Also heute müssen Sieg her zu Hause. Wir müssen definitiv, glaube ich, aggressiver auch an den Mann gehen, die Zweikämpfer reingehen. Und dann werden wir das Schiff schon nach Hause schaukeln. So, jetzt habe ich mit dem Klaus schon mal gesprochen, die letzten Tage, wegen des Tipps. Also der Klaus hält sich mal heute heraus, das ist ein Tipp. Aber Abi, von dir hätte ich generell ein Ergebnis. Also du weißt, ich tipp immer gerne und ich tippe ein 2-1 Sieg für uns. Weißt du was? Zur Null kriegen wir nicht hin und deshalb gehe ich ganz mit dir 2-1 für die Blauen. Oder, ja, oder gar nichts. 2-1 muss her. 3 Punkte. Ja, der 1 reicht ja. Es sind 3 Punkte und das reicht für uns. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch allen und uns auch hier im Auto als schönes Spiel. Jawohl. Drei Punkte, den knappen. Ja, wie gesagt gerade, sicherer Blut am Schuh. In diesem Sinne, Glück auf und nur der S04. Der frauen Sie wieder. Untertitelung des ZDF, 2020